Hä? Hallo Leute, da bin ich wieder! Willkommen wieder zurück auf meinem Steinblogs-Kanal! Es geht wieder los mit Roblox-Videos! Also Leute, wenn ihr die nicht verpassen wollt, direkt auf Abonnieren drücken, Liken! Weil ob jetzt wird wieder jeden zweiten Tag oder vielleicht sogar mal jeden Tag... Ich muss schauen, Leute, wie ich es hinbekomme von der Zeit her... Wird ein neues Roblox-Video kommen, aber hier sind wir heute, glaube ich, in den Backrooms... Und das ist irgendwie ein Klicker... Also Leute, wenn ich hier klicke, dann seht ihr jedes Mal, kommt hier Plus Eins... Was bedeutet die Plus Eins, Leute? Keine Ahnung, ich muss kurz ausprobieren... Was hier passiert, ich glaube nämlich... Hier unten sehen wir meine Geschwindigkeit... Ich kann gerade noch 20... Wie viel ist das? Kmh-Laufen? Und ich finde, das ist noch viel zu wenig für mich, Leute! Das geht echt nicht, wir müssen schneller werden! Wo müssen wir überhaupt lang? Ich glaube, hier lang, oder? Hier gehen alle Spieler rein, dann gehen wir auch mal rein! Ich glaube, da müssen wir ein bisschen warten, bis es losgeht! Eine Sekunde und jetzt geht es los, Leute! Wo spawnen wir? Wo werden wir hingebracht, Leute? Ich glaube, wir sind jetzt hier in den Backrooms, oder? Wir müssen aufpassen, Leute! Oh, es ist ja richtig dunkel hier drin! Oh-oh, meine Taschenlampe ist richtig schwach, seht ihr das? Die anderen haben viel stärkere Taschenlampe, die geil! Wann kann ich endlich schneller laufen? Ich laufe immer noch 20, Leute! Oh, jetzt 21, es wird immer mehr, seht ihr das? 23, 24, wieso wird das immer mehr? Wollte ich immer schneller klicken, Leute? Könnte sein, oder? Ich höre mal auf mit dem Klicken! Nee, es wird trotzdem immer mehr... Keine Ahnung, wie das funktioniert, Leute! Aber wir werden immer besser, glaube ich! Und da vorne, warte mal! Ist das mal ein Gegner, Leute? Seht ihr das Gesicht da vorne? Oh, das macht mir ein bisschen Angst! So zeige ich halt lieber ein bisschen Abstand, Leute! Nicht, dass er uns gleich angreift, oder so! Also, wenn wir uns den nochmal angucken gehen, der ist da immer noch, Leute! Oh, nein! Kann ich wieder bitte anfangen, richtig schnell zu laufen, Leute? Sonst kriege ich ein Problem! Das Gesicht, guckt mich an! Leute, das sieht richtig gruselig aus! Und irgendwie wackelt mein ganzer Bildschirm! So, ich laufe jetzt wieder 30 kmh, glaube ich! Ich glaube, ich darf einfach nur nicht stehen bleiben, Leute! Und ich klicke einfach die ganze Zeit weiter! Ah, was hab ich gedrückt? Rum langs! Ups! Durchgehen klicken, Leute! Jetzt ist es schon 35 und ich... Oh, das wird echt immer schneller! Merkt ihr das? Jetzt wird es schon doppelt so schnell wie am Anfang, Leute! Sehr gut! Aber wo sind eigentlich die ganzen Spieler hin? Werden die schon verfolgt? Hier von... Oh! Da läuft einer rum, Leute! Seht ihr das? Zack! Oh, da kommt so ein Gesicht, Leute! Da kommt so ein Gesicht! Nein! Ich muss schon abhauen! Seht ihr das? Warte da vorne! Die bewegen sich echt! Oh, oh! Wir werden echt gleich angegriffen, oder was? Das ist überhaupt nicht gut! Deswegen, Leute, ich klicke immer weiter! Oh, ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich hier die ganze Zeit klicke! Ich klicke mal hier an der Seite! Dann ist das nicht so voll hier auf dem Bildschirm! So, wo laufe ich lang? Oh, da ist hier das im Gesicht! Oh, jetzt kann ich schon 55 laufen, Leute! Das wird immer besser! Ich will auch so schnell können wie die anderen Spieler! Aber irgendwie klappt das auch nicht, Leute! Vielleicht können wir uns ja gleich ein Upgrade holen! Das wäre auf jeden Fall richtig gut! So, ich klicke weiter und klicke weiter! Wie viele Punkte haben wir eigentlich schon? Und ich sehe gerade unten rechts 350, 360 Klicks! Und die Klicks werden auch immer mehr! Das ist, glaube ich, sehr gut, Leute! Ich laufe einfach nur immer weiter! Und ich hoffe, dass ich nicht getroffen werde gleich! Oder aufgegessen werde! Viel Glück, Leute! Oh, oh! Hier geht's hoch! Ich schaue mal weiter! Und meine Taschenlampe ist richtig am Flack an hier! Oh, Mann, Leute! Aber ich kann noch genug sehen, Leute! Für mich ist alles gut! Ich hoffe, ihr seht... Hä? Was war das, Leute? Ich hatte einfach ein Standbild und ich war einfach raus aus der Lobby, Leute! Vielleicht ist die Zeit umgegangen oder so! Und ich habe wieder nur noch 20! Warte mal, hier muss jetzt doch irgendwo ein Shop sein, oder? Ich muss doch jetzt am Anfang schneller laufen können! 20 ist doch viel zu wenig! Ich habe gerade so oft geklickt, Leute! Ich schaue mal kurz rum! Kostüme! Muss irgendwo doch so ein Upgrade-Shop sein! Ich schaue nach, Leute! Da können wir auch gleich reingehen! Ich glaube, das ist so ein anderes Level! Ein schwierigeres! Okay, hier kostet alles Robux! Können wir uns vielleicht ein Haustier holen? Robux hier vielleicht! Haben wir genug Punkte, Leute? Zack! Warte, bei mir steht hier 15.000 Gewinne, Leute! Das ist doch schon richtig gut, oder? Das heißt, ich kann schon hier ein Ei aufmachen, oder nicht? Ich könnte doch direkt drei öffnen, Leute! Sollen wir das mal machen? Ich öffne lieber eins! Zack! Ja, wir können jetzt ein Haustier holen, Leute! Let's go! Nice! Das ist gewöhnlich! Schade! Das komme ich nicht so gut, Leute! Schade, Banane! Dann lasst wir mal ausrüsten, oder? Weil wir haben die jetzt hier als Haustier! Zack! Und ausrüsten! Let's go! Und da vorne können wir hier gleich die Haustiere verschmelzen! Keine Ahnung, was das bringen soll! Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt ins nächste Level! Hier, it's so easy! Mal gucken, wann das startet! In vier Sekunden, Leute! Ich bin bereit! Let's go, Leute! Drei, zwei, eins! Und die Tür geht auf! Wir gehen raus aus dem Fahrstuhl, Leute! Drei, zwei, eins! Nochmal der Countdown! Ich glaube, jetzt soll es jetzt losgehen! Und warte mal, ich bin jetzt viel schneller! Was geht denn hier ab, Leute? Seht ihr das? Hä? Was ist das für ein Level? Wieso laufe ich schon 900? Das ergibt doch gar keinen Sinn! Ähm, Leute, ist das gerade ein Fehler oder so? Oder ist mein Haustier besonders? Oder ist das dieses Level? Müssen wir was anderes machen? Keine Ahnung! Ich laufe auf jeden Fall erstmal durch! Wieder andere Spieler! Und ich schau mal, was hinten ist, Leute! Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht! Und zack, es ist einfach zu Ende! Ich glaub, das war einfach wie ein Wettrennen oder so! Okay! Ich dachte, das wär so ein neues Level, aber nein! Dann gehen wir doch wieder hier hin, wo wir eben waren! Wo wir angegriffen wären! Das war cooler! Das will ich öfter spielen! Okay, Leute, es kann weitergehen! Wir sind wieder in den Backrooms! Let's go! Und diesmal laufen wir sofort schneller los! Seht ihr das? Wie krass, hä? Passiert das wegen dem Haustier, Leute? Das könnte echt sein! Weil eben haben wir doch voll lange gebraucht, so schnell zu laufen! Ich war schon besiegt! So schnell! Okay, Leute, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Haustier! Und so jättig ist es, glaube ich, noch viel zu schwach! Oh nein! Lass einfach ein neues aufmachen! Da haben wir zwei Stück! Das sollte, glaube ich, jetzt viel besser sein! Und wir haben... Oha, das ist ungewöhnlich, Leute! Das heißt, es ist sehr gut! Können wir zwei Haustiere ausrüsten? Das wäre richtig nice, bitte, Leute! Und ausrüsten! Da haben wir zwei! Ja, wir haben sogar zwei! Oh, nice, Leute! Und ich glaube, man kann nicht schneller als 20 in der Lobby laufen! Ich glaube, das ist hier normal! Oh nein, aber jetzt muss ich wieder warten, bis die neue Runde startet! Okay, Leute, bis gleich! So, Leute, die nächste Runde startet! Komm schon! Und 30, 40! Wie schnell laufen wir, Leute? Wie viel können wir jetzt schaffen? Direkt am Anfang! Sollen diesmal laufen wir woanders lang? Weil da wurden wir gerade angegriffen, Leute! Da gehe ich nicht nochmal hin! So, ich hoffe, mich verfolgt euch keiner! Ich sehe das schon im Gesicht, Leute! Wir sind ja richtig schnell! Oh, oh, aber wir können schon... Oha, wir laufen schon über 100 kmh, Leute! 120! Was ist unser Topspeed? Ich glaube, 125! Und wir müssen auch klicken, Leute! Nicht vergessen! Durchgehend klicken! Ich habe euch in deinem Gesicht und wir wurden wieder besiegt! Was? Wie haben wir es in der ersten Runde geschafft, so lange zu überleben, Leute? Jetzt schaffe ich es ja gar nicht mehr lange! Ich glaube, wir schauen gleich wieder in die nächste Runde! Wir müssen es nochmal probieren, Leute! Wir müssen besser werden! Wie? Schaffen wir das? Ich muss gleich gucken! Ich glaube, ich nehme die Taktik wie vom Anfang! Und zwar werde ich jetzt einfach hier wieder ganz nach rechts laufen wie eben! Komm schon! Let's go! Mal nicht! Und wieder ganz viel klicken, Leute! Wir brauchen diese Gewinnpunkte! Ich glaube, man kriegt einfach richtig viel, wenn man richtig lange überlebt! Dann kann ich das so ein Gesicht, Leute! Bitte, nein! Hatten wir in der ersten Runde einfach nur ganz viel Glück, oder? Was ist gerade los, Leute? Wir haben keine Wahl! Wir brauchen ein neues Haustier, sonst wird das nie was, Leute! Mit drei Haustieren sollten wir das schaffen! Oh, der ist ganz selten, Leute! Nice! Den rüsten wir auch aus, Leute! Haustiere! Und dann haben wir den ausrüsten! Jetzt haben wir zwei Stück, die zwei besten! Und jetzt, Leute, müssten wir sofort gewinnen! Oh, es geht gleich los! Ich muss schnell reingehen, Leute! Ja, die nächste Runde geht wieder los, Leute! Bitte! Diesmal müssen wir irgendwie schnell laufen können! Wir müssen vor den Abhauen! Ich will nicht direkt wieder am Anfang getroffen werden! So, ich sehe gar keinen in meiner Nähe! Das ist sehr gut! Aber ich glaube, die kommen gleich richtig schnell angerannt, Leute! Deswegen, lass die lieber schon mal loslaufen! Damit wir gleich 100 irgendwas kamen laufen! Mal gucken! Eben hatten wir ungefähr 125! Wie viel schaffen wir jetzt? Jetzt haben wir 130! Komm schon, schauen wir noch mehr! 136! Es wird immer mehr, Leute! Wir laufen richtig schnell, aber die Katze verfolgt mich! So, wir werden einfach vielleicht wieder langsamer laufen wie am Anfang, Leute! Vielleicht bringt das mehr Glück! So, Leute, lass die mal langlaufen und die Katze klicken! Nicht vergessen! So, ich darf hier erstmal langsam los! Da vorne war doch eben das Gesicht in der ersten Runde, meine ich! Nur da hinten! Aber jetzt sieht sie auch wieder gut aus, Leute! Nicht, dass sie gleich wieder von der Seite kommen! Komm, ich hoffe, ich schaffe es wieder lange zu überleben! Weil ich brauche ganz viele Gewinnpunkte! Damit wir uns neue Haustiere können! Oh, ich kann! Nein, Leute, hinter mir! Habt ihr es gesehen? Ich glaube, ich laufe und laufe und laufe und laufe! Aber ich bin trotzdem zu langsam, Leute! Nicht nach hinten gucken! Nein! Das Spiel ist schwerer als gedacht, Leute! Ich habe sogar drei Haustiere ausgerüstet, sehe ich gerade! Aber das bringt mir nichts! So, was haben wir noch, Leute? Hier ist noch ein anderer Raum! Waren wir hier schon? Was ist hier? Gürt das noch zur Lobby? Oder kann man hier auch schon angegriffen werden? Vielleicht ist es ja ein bisschen einfacher! Ich hoffe, wir haben ein bisschen rum! Ich glaube, das ist einfach nur der Spawn! Ich glaube, man kann einfach nur ein bisschen rumlaufen und mehr nicht! Okay, langsam laufen! Taktik hat nicht funktioniert! Dann machen wir jetzt ultra schnell laufen! So schnell, wie wir können! Vielleicht hätten wir dann so eine Chance, Leute! Ich laufe hier erstmal im Kreis wie die anderen Spieler! Ich mache denen mal nach! Wir warten erstmal, bis dieses Monster da kommt! Okay, Leute! Es wackelt schon richtig krass! Das heißt, wir müssen hier irgendwo daneben sein! Vielleicht können wir das Glücksrad probieren! Weil hier wurde gerade 20.000 Siege gewonnen! Vielleicht können wir auch irgendwas Heftiges kriegen! 20.000 Siege oder irgendwas! Bitte irgendwas Heftiges, Leute! Komm schon! Und? 12.000! Nein! Nichts! Nichts! Überhaupt nichts haben wir gewonnen! Perfekt, Leute! Wie nice! Och, Mann! Dann lassen wir auch wieder weiterspielen gehen, Leute! Weil ich glaube, wir können gerade echt nichts anderes mehr tun! Let's go! Bevor es losgeht, Leute! Ich will es rein schaffen! Zack! Ich frage mich nur, was das Ganze klicken soll! Also, werde ich dann schneller oder wie? Wenn ich die ganze Tür klicke? Ich weiß nicht, Leute! Aber so! Ich habe eben probiert, den anderen zuzuschauen und zu gucken, was die machen! Aber es hat echt nichts gemacht, Leute! Okay, mein Bildschirm wackelt! Das heißt, sie sind in meiner Nähe! Deswegen glaube ich jetzt so schnell, wie ich kann! Komm schon! Oh, nein! Das war richtig viel Glück! Und ich wurde wieder besiegt! Och, Mann! Bringt mir vielleicht einen Anzug, irgendwas, Leute! Lass mal gucken! Ich glaube, das soll sie mir überhaupt nichts bringen! Aber ich schaue einfach mal! So, ich habe einen Noob! Perfekt! Ich bin doch gerade ein Noob, Leute! Deswegen, lass die Uniform anziehen! Plus 134 Speed 90-Bands! Das hätte ich früher wissen müssen, Leute! Dann warten wir, bis wir die nächste Runde gleich wieder spielen können! Wenn ich damit jetzt plus 134 schneller bin, das wäre richtig krass! Okay, Leute! Ich habe jetzt mal die Lobby gewechselt! Vielleicht bringt mir das mehr Glück! Also, so! Ich warte jetzt erstmal! Die anderen laufen raus! So, wo laufen die lang? Die laufen durch die Mitte! So, ich sollte jetzt plus 135 schneller sein, oder? Guck, die laufen auch alle als Team zusammen, Leute! Ist das vielleicht die Lösung? Ist das, was wir machen sollten? Ich glaube schon, Leute! Ich bleibe mal mit den Leuten hier! Oh, da hinten kam schon die Gesichter! Nein, wir müssen abhauen! Okay, Leute! Ich glaube, die Team-Taktik funktioniert doch nicht so gut, aber... Kann ich jetzt viel schneller laufen, Leute? Wie ist der Radstande, Leute? 135 haben wir! Und wir müssten doch dann 200 oder so laufen können, oder sogar noch mehr! Weil wir konnten eben schon 130 laufen, und da stand ja mit der Uniform, können wir 130 noch schneller laufen! Deswegen, lass mal gucken, Leute! Oh, da waren wir gerade eingesehen, und wir wurden wieder besiegt! Schade! Aber die Gewinne sind wieder weiter nach oben gegangen, Leute! Also, ich kriege da schon Punkte an! Wieso hatte ich am Anfang so viel? War das vielleicht einfach nur Anfänger-Boost oder so? Keine Ahnung! Lass auf jeden Fall die nächste Woche noch probieren, Leute! Wir müssen hier noch Profi werden! So, jetzt bleiben wir hier als Team, okay? Ich böppe jetzt mit den ganzen Spielern! Kommt schon, Leute! Gebt die Teams! Wir sind doch bestimmt voll die Profis, oder? Da vorne sehen wir drei, vier, Leute! Wir sind hier gerade alle als Team! Leute, nein! Wieso wollen wir jetzt? Besiegt wir alle! Hä? Wie schwer ist dieses Spiel, Leute? Sollen wir vielleicht lieber mal das Rennen hier probieren? Nee, das dauert noch über eine Minute, bis wir das wieder spielen können! Dann müssen wir weiter mit der Evasion machen! Wir haben, glaube ich, keine Wahl, Leute! So, Leute! Neue Runde, neues Glück! Let's go! Diesmal mache ich einfach wirklich alles, was ich machen will! Es ist mega, was die anderen Spieler machen! Ich laufe einfach durch! Und ich hoffe, dass wir gut enden, Leute! Weil ich habe gerade ein schlechtes Gefühl! Mein Bildschirm wackelt zwar noch nicht, aber es sieht bis jetzt ganz gut aus! So, ich laufe hier mal hoch! Vielleicht ist hier oben irgendwas Besseres, Leute! Geht's hier vielleicht immer noch weiter? Oder gibt's hier eigentlich ein Ziel? Ich glaube nicht, oder? Oder können wir vielleicht ein Ziel finden, Leute? Das wäre ja komplett krass! Vielleicht geht's hier irgendwo noch weiter nach oben! Vielleicht gibt's hier wirklich ein Ende! Aber ich glaube eigentlich nicht! Ich folge mal dem Spieler hier! Weiß der vielleicht, wo es lang geht? Das geht auf jeden Fall richtig weit, Leute! Mal gucken! Und wir leben schon viel länger als eben, oder? Das kommt mir gerade so lange vor, Leute! Wir haben auf jeden Fall schon mal einen guten Start erwischt! Oh nein, da sind wir runtergefallen! Ich glaube, hier ist das Level, wo man ganz schnell getroffen werden kann! Wir sollten schnell wieder nach oben gehen, Leute! So, wir sind erstmal wieder oben! Und wir laufen gerade 150 km, sehe ich gerade! Das ist sehr gut! Okay, Leute, wo geht's noch weiter? Komm schon! Es muss doch irgendwo weitergehen! Es kann doch noch nicht das Ende sein! Ich folge mal dem Spieler hier! Weiß der vielleicht, wo es lang geht? Auch nicht! Oder gibt's hier kein Ende? Das müssen wir heute im Video herausfinden, Leute! Da geht's wieder nach unten! Aber vielleicht muss man nach rüber springen! Das probieren wir! Und wir sind hier rüber gesprungen! War das richtig gut, oder war das nur eine Falle? Ich glaube, das war nur eine Falle! Och Mann! Aber hier sind echt keine Gegner, oder? Ich glaube, das ist wieder eine richtig gute Runde, Leute! Let's go! Keiner greift hier uns an! Das ist perfekt! Ich hoffe, die wissen nicht, wie man hier nach oben kommt! Und Leute, das fühlt sich gerade ohnehin nicht groß an, irgendwie! Das hört irgendwie gar nicht auf! Merkt ihr das? Ich hoffe, durchgehend in die Richtung! Aber das hört einfach nicht auf! Da sind auch die anderen Spieler, was geht! Die wissen, glaube ich, auch nicht, wo es lang geht! Aber warte, mein Bildschirm fängt wieder an zu wackeln, Leute! Das ist kein gutes Zeichen! Das heißt, die kommen immer näher! Oh-oh! So, jetzt hat's wieder ein bisschen aufgehört! Klar, ich wackelt mein... Ja, und ich krieg immer mehr Wins, Leute! Seht das! Jetzt haben wir schon 8000 Punkte! Okay, warum laufen die weg, Leute? Ist hier irgendwas? Ach, hier ging's nach oben, okay! Geht's noch irgendwo weiter, Leute? Bitte! Nein, was ist jetzt passiert? Ich bin aus der Membros gefallen! Nein! Ähm, ist das gut oder schlecht? Nein, das war nicht gut! Aber ich hab 18.000 Gewinne bekommen! Das ist sehr nice! Das heißt... Warte, Leute, wir müssen jetzt noch einmal so eine gute Runde haben! Und dann können wir uns hier so ein neues Haustier holen! Für 25.000 Siege! Ich glaub, das wär dann richtig nice! Vorher holen wir uns aber einen neuen Anzug, Leute! Für 6.000, komm schon! Bitte, da muss ich richtig heftig lohnen! Wir müssen dann viel schneller werden! Oh, der ist gewöhnlich! Okay! Mal gucken, wie gut der im Vergleich zu dem hier ist! Okay, fast 10 Mal so gut! Das ist sehr nice! Dann rüsten wir den aus, Leute! Und gehen in die nächste Runde! Oder hat das wieder offen? 20 Sekunden noch! Komm, wir gehen einfach hier rein, Leute! Ich will das auch mal wieder spielen! Jetzt spielen wir Click to get speed, oder was? Was soll das heiß, Leute? Das steht hier vorne gerade! Es geht in 5 Sekunden los! Es ist wieder so ein Wettrennen wie eben! Und guck mal, das glitsch so! Das sieht richtig cool aus! Deswegen klicke ich jetzt richtig schnell, Leute! Und zack, 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 zack! Mit meiner Maus hier! Und wir müssen richtig schnell durchlaufen! Komm schon, komm schon, komm schon! Und zack! Ey, wieso sind die alle schneller als ich? Das ist ja voll unfair! Hä? Das gibt doch gar keinen Sinn! Was ist das? Hä? Habt ihr das gesehen? Alle sind so richtig vorbeigesprintet und nicht mehr so lahm! Och, Mann! Ich werde zwar auch immer ein bisschen schneller, aber... Die anderen Spieler werde ich auf gar keinen Fall mehr einholen! Die sind viel zu weit weg! Da habe ich gar keine Chance mehr! Schade! Und ich sehe gerade meinen Top Speed, Leute! 150 sind es ungefähr! Schneller kann ich, glaube ich, noch gar nicht laufen! Obwohl ich schon so gute Rüstung und Haustiere habe! Das ist komisch, Leute! Und ich wurde wieder besiegt! Jetzt in dem Modus kann man besiegt werden! Egal, Leute! Wir gehen jetzt wieder hier zu dem Spiel! Und versuchen wieder die Treppe nach oben zu finden, Leute! Damit wir länger überleben können! Ich glaube, wir sind irgendwo nach hinten gelaufen, oder? Deswegen lassen wir das schnell durchlaufen! Irgendwo in der Ecke war das, oder? Warte! Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, Leute! Irgendwo ging es hier nach oben! Wir müssen den Weg wieder finden! Bitte! Oh, mein Bildschirm wackelt! Bitte nicht, Leute! Nein! Hier geht es doch nach oben! Ich bin oben, Leute! Bringt das mir irgendwas? Ich glaube nicht, Leute! Ich glaube, wir werden gleich besiegt! Mein Bildschirm wackelt noch richtig krass! Es hat aufgehört, Leute! Ich glaube, hier nach oben brennen ist echt eine gute Lösung! Und guckt mal! Ich finde, den ging auch nicht mehr! Seht ihr den? Oder? Mein Bildschirm fängt wieder an zu wackeln, Leute! Ich glaube, das war in dieser Dunkel oder wieder heiß! Oh, da kommen richtig viele Leute! Nein! Jetzt gleich mein Ende! Ich muss schnell wieder nach unten! Bitte! Wo geht ihr nach unten, Leute? Nein, es ist glaube ich zu spät! Mein Bildschirm wackelt! Och, Mann! Und wir haben kaum neue Gewinne, Leute! Das heißt, der, der einfach am längsten überlebt, der kriegt richtig viele! Diesmal habe ich fast gar keine bekommen! Schade! Und was bringt das hier unten recht, Leute? Klicke zur Wiedergeburt! 4.000 Klicks von 5.000! Ich mache den mal voll und zack! Jetzt kann ich zu 50% gewinnen, oder was? Das ist ja alles mit Wahrscheinlichkeit, wie lange ich überlebe! Ich habe keine Ahnung, Leute! So, let's go, Leute! Nächste Runde! Das ist wieder nach oben gehen, oder? Irgendwie fühle ich mich oben wohler! Dann suche ich jetzt den Weg wieder nach oben! Oh, da kommt wieder so ein Gesicht, Leute! So direkt mit sich! Okay, Leute! Wieder nächster Versuch! Komm schon! Diesmal muss es besser funktionieren! Wir hatten bisher zwei richtig gute Runden! Und die anderen waren so... Naja, Leute! Die waren richtig schnell zu Ende! Und mein Bildschirm fängt wieder an zu wackeln! Das ist überhaupt kein gutes Zeichen! Och, Mann! Schade, Leute! So, Leute! Ich klicke hier weiter, damit meine Wahrscheinlichkeit zu gewinnen höher nach oben geht! Und wir haben noch 50%! Leute, gleich haben wir 55, glaube ich! Das sollte schon mehr als die Hälfte sein, Leute! Oh, da kommt wieder so ein Gesicht! Och, Mann! Oh, warte mal! Ich klicke trotzdem noch weiter! Und zack, jetzt haben wir plus 55%, Leute! Ich glaube, das ist sehr gut, oder? Ähm, keine Ahnung! Aber wir spielen auf jeden Fall gleich die nächste Runde! So, weiter geht's, Leute! Diesmal werde ich gewinnen, Leute! Ihr werdet es sehen! So, ich laufe direkt wieder nach oben, Leute! Ich weiß schon mittlerweile den Weg auswendig! Nein! Okay, Leute! Ich habe es nur nach oben geschafft! Ich bin schon oben, Leute! Ich wollte erstmal jetzt die Runde nehmen, bis ich es nach oben schaffe! Von daher, mein Bildschirm fängt wieder an zu wackeln! Das ist gar nicht, das ist überhaupt kein gutes Zeichen, Leute! Wenn ihr im Bildschirm anfängt zu wackeln, dann heißt das, dass man verfolgt wird, Leute! Oh nein, die sind ganz nah hinter mir, glaube ich! Deswegen lasst schnell irgendwo langlaufen, Leute! Ich will nicht erwischt werden! Komm schon, die 150 Kammer müssen noch reichen, oder nicht? Ja, Leute, es hat erstmal geholfen! Es wird wieder weniger! Nice! Und jetzt fängt es wieder an, Leute! Warum ist es denn so schwer, das Spiel? Wenn ihr selber was spielt, dann werdet ihr es sehen, Leute! Es ist richtig krass schwer! Also für mich auf jeden Fall! Vielleicht seid ihr da Profis drin oder kennt vielleicht ein paar Tricks, mit denen man hier öfters gewinnen kann, Leute! Mit dem Bildschirm fängt wieder krass an zu wackeln! Vielleicht sind die auch unter mir! Vielleicht verfolgen die mich noch gar nicht! Keine Ahnung, Leute! Aber ich glaube, bis jetzt sieht es wieder ganz gut aus, oder nicht? Weil jetzt lebe ich eigentlich wieder schon von lange, Leute! Ich glaube, nach dieser Runde könnte es sein, dass wir so ein neues Ei holen können! Ein neues Haustier! Das wäre richtig gut! Komm schon, ich muss noch ein paar Minuten überleben! Bitte, eine Minute überlegen Sie doch! Leute, bitte! So, wackelt mein Bildschirm schon wieder! Ist er in meiner Nähe? Ja, sind die! Nein, Leute, bitte nicht! So, Leute, hier sind die jetzt unten rechts! Plus 80% gewinnen! Das muss doch jetzt irgendwas heißen, oder nicht? Ich habe mir jetzt extra die ganze Zeit geklickt, Leute! Nur damit ich hier mehr Punkte kriege und alles! Ich würde jetzt hier auch natürlich weiterklicken! So, mein Bildschirm darf nicht wackeln und ich darf nicht diese Monster sehen! So, wieder nach oben laufen, Leute! Komm, wir probieren uns wieder nach oben zu gehen! Oh, oh! Mein Bildschirm wackelt! Nein! Wieso wackelt mein Bildschirm, Leute? Das ist nie ein gutes Zeichen, Leute! Ich laufe in meinem Kreis rum, dies und das! Ich glaube, wir werden gerade nämlich verfolgt, Leute! Oh, 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 oh! Ich laufe einfach lieber weiter, Leute! Ich laufe einfach schnell weiter! Ich laufe schnell weiter! Sind die hinter uns? Ja, die sind vor uns! Och, Mann, Leute! So, Leute, in 10 Sekunden geht die nächste Runde los! Wir haben immer noch 80% Gewinnchance! Wenn wir gleich 85% haben, sollte es vielleicht noch besser gehen! Deswegen, ich klicke schon mal weiter und weiter und weiter! So, die nächste Runde beginnt schon mal! So, jetzt vergehe ich nicht nach oben, Leute! Wir versuchen irgendwie unten zu überleben! Weil in der allerersten Runde waren wir auch nur die ganze Zeit unten! So! Hier geht, glaube ich, gar keinen Spieler lang außer ich, Leute! Ist es gut oder schlecht? Vielleicht ist es sogar gut, weil es könnte sein, dass die Monster jetzt nur auf die ganzen anderen gehen! Oder, Leute? Mein Bildschirm hat noch nicht einmal gewackelt! Ich glaube, ich habe hier ein gutes Gefühl! Nice, Mann! Ich bleibe jetzt erstmal und laufe hier nur im Kreis, okay? Vielleicht ist es auch jetzt hier meine neue geheime Taktik! Einfach im Kreis laufen! So lange, wie es geht! Oh, Leute! Langsam kriege ich ein bisschen Angst, oder nicht? Und ich bin auch richtig schnell, sehe ich gerade 150 immer noch! 150 ist, glaube ich, bis jetzt unser Maximum! Aber es ist nice! Okay, Leute, mein Bildschirm fängt an zu wackeln! Das ist kein gutes Zeichen! Das heißt, wir sollten mal lieber ein bisschen weggehen! Und es wird immer mehr, Leute! Das hört nicht auf! Das heißt, die sind in unserer Nähe, oder? Wo sind die? Ich sehe die doch nicht! Oh, Leute! Ich glaube einfach... Ah, da kommen die! Seht ihr die? Oh, nein, 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 nein! Ich habe die gerade gesehen für eine Millisekunde! Und das war, glaube ich, eine Millisekunde zu viel! Wir wurden wieder besiegt! Mal gucken, wie viele Gewinne kriegen wir jetzt! Wir haben 13.900! Das ist immer noch zu wenig, Leute! Oh, Mann! Ich habe wirklich alles gegeben, Leute, für euch! Aber ich glaube, heute werde ich nicht mehr hinkriegen, Leute! Deswegen! Lasst ein Abon da, Leute! Lasst ein Like da! Es geht wieder, wie gesagt, weiter mit meinem Roblox-Kanal hier! Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren! Und ja, Leute! Lasst ein Like, lasst ein Abon da! Und dann würde ich sagen, tschüss! Bis zum nächsten Mal, Leute!